Jetzt war ich an der Reihe mit meinem allerersten Riesenslalom. Astrid, die direkt vor mir gestartet ist, hatte schon mit einer bombastischen Zeit vorgelegt. Mit 39,30 Uhr landete sie aktuell auf dem ersten Platz der Frauen. Da wir die Strecke vorher nicht testen durften, wussten wir nicht, wie glatt die Piste tatsächlich war. Ich bin entsprechend verhalten reingestartet in die Strecke, bin allerdings dann immer schneller geworden und hab mich immer sicherer und wohler auf der Piste gefühlt. Jetzt waren es nur noch wenige Tore bis zum Ziel. Einmal noch einen Linksschwung, dann einen Rechtschwung, ab in die Schussposition und über die Ziellinie. 44,94, Platz 2 bei den Frauen, direkt hinter Astrid aktuell. Es hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Schnell noch ein Foto und dann ging es schon ab zur Siegeerrung. Am Ende sind Astrid und ich Zweite und Dritte geworden und wenn euch der Content gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert gerne.